Hallo Freunde! Heute tauchen wir in den atemberaubenden 2025 Chevy Chevelle SS ein, dieses kultige Musclecut zieht mit seiner Mischung aus klassischem Charme und Spitzentechnologie die Blicke auf sich. Der 2025 Chevelle SS lässt das klassische Typenschild mit einem modernen Twist wieder aufleben. Sein Design ist eine Hommage an das Originalmodell aus den 1970er Jahren und integriert gleichzeitig elegante zeitgenössische Elemente in seine äußeren Merkmale. Ein kühner, aggressiver Kühlergrill mit verkromtem SS-Emblem zeigt stolz die scharfen Linien und die geformte Karosserie verleiht einen muskulösen Look, den man nicht ignorieren kann. Unter der Haube wird der Chevelle SS von einem leistungsstarken 6,2 Liter V8 Motor angetrieben, der erstaunliche 650 PS leistet. Diese PS sind mit einem 10-Gang-Automatik-Getriebe gepaart, das sanftes und präzises Schalten für diejenigen bietet, die sich nach einem praktischeren Fahrerlebnis sehnen. Es gibt ein optionales 6-Gang-Schaltgetriebe, egal ob Sie auf der Autobahn oder auf der Rennstrecke unterwegs sind. Der Chevre SS bietet eine aufregende Beschleunigung und ein reaktionsschnelles Handling. Das Modell 2025 verfügt außerdem über fortschrittliche Leistungsmerkmale. Ein adaptives Federungssystem sorgt für eine ausgewogene Fahrt, die sich an unterschiedliche Fahrbedingungen antasst. Hochleistungsbremsen von Brembo bieten beeindruckende Bremskraft, während die Hinterradantriebskonfiguration die Agilität und das Kurvenverhalten des Fahrzeugs verbessert. Im Inneren des Chevelle SS verbindet sich Luxus mit Funktionalität. Die Kabine ist mit hochwertigen Materialien wie Leder- und wiederbezogenen Sitzen ausgestattet. Sportlich gepolsterte und beheizte Vordersitze sorgen für Komfort bei temperamentvoller Fahrt. Das fahrerorientierte Cockpit umfasst ein anpassbares digitales Kombi-Instrument und ein großes Tapscreen-Infotainment-System mit den neuesten Konnektivitätsfunktionen. Die Technologie hört nicht beim Infotainment auf. Der 2025 Chevelle SS ist mit einer Reihe fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme ausgestattet, darunter adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spur-Hight-Assistent und automatische Miri-Bremse, die alle darauf abzielen, die Sicherheit zu erhöhen und gleichzeitig das Fahrerlebnis aktiv zu halten. Das ikonische Heck mit vier Auspuff-Endrohren und einem dezenten Heck-Spoiler trägt zum aggressiven und dennoch raffinierten Look bei. Der 2025 Chevy Chevelle SS ist mehr als nur eine Anspielung auf die Vergangenheit. Er ist ein komplettes Muscle-Car, das Stil, Leistung und Technologie bietet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.